Leute, hier ist es. Endlich. Fünf Wochen hat gedauert, aber wir haben jetzt alle Supplements. Peek hat alles aus Deutschland geschickt. Wir gehen heute mal gemeinsam durch, was ich für Supplements bestelle, warum und wie ich sie einsetze. Das wird also ein volles Supplement-Video. Weipackzettel, wir legen jetzt los. Viel Spaß. Attacke. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel, wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Wenn du es endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken, dann hör auf, weiter ist Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was schick ist für dich. Yes, Attacke. Bis gleich. So, jetzt sind wir ready. Die Sachen sind ausgepackt. Es ist alles da, was ich brauche. Hervorragend. Wir fangen jetzt systematisch an, von morgens, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, vor dem Training, im Training, nach dem Training, zwischenzeitlich zu den Mahlzeiten, bevor ich ins Bett gehe und quasi die letzten Supplements, bevor ich dann wirklich schlafen gehe. Das heißt, wir legen jetzt los. Ihr kriegt alle Supplements natürlich mit meinem Code etwas günstiger, 10% kriegt ihr mit dem Code Mike. Unten ist der Link in der Beschreibung. Wir legen jetzt los. Okay, zuallererst gibt es morgens Slimferno. Slimferno ist eigentlich eine Art Fat Burner, eigentlich nicht, aber ich betitle es einfach mal als eine Art Fat Burner. Das ist das Supplement, was ich benutze, bevor ich morgens zum Cardio gehe. Einfach um meinen Metabolismus so ein bisschen in Gang zu bringen. Da sind Sachen drin, ich lese mal vor, wir haben Vitamin C, Magnesium, Chrom, wir haben Kainitin mit drin, Tyrosin, Koffein. So diese typischen Sachen, die als Fat Burner oder Teil eines Fat Burners sind, ich aber nicht als Fat Burner benutze, sondern einfach nur als Wachmachttrink. Man kann es auch als Kaffee-Alternative benutzen. Schmeckt ganz gut und zwar im Geschmack Grapefruit Lemon. Das kommt dann morgens ins System, bevor ich losgehe. Dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Da fange ich dann an, so meine Supplements hinzurichten, meinen Tag so zu ordnen und dann geht es hoch zum Cardio eine Runde und dann mit Cardio gemacht. In der Regel würde ich das Ganze kombinieren und zwar mit einem Magnesium 300 Milligramm. Wir haben hier Magnesiumcitrat im Geschmack Berry Mix. Magnesium werde ich wahrscheinlich zweimal am Tag benutzen. Auch wenn wir Magnesium in allen anderen Supplements haben, will ich hier wirklich sicher gehen, dass wir genügend Magnesium über den Tag verteilt haben. Ich rechne ungefähr mit 600 bis 700 Milligramm total über den Tag verteilt. Warum? Magnesium ist wohl mit eins der wichtigsten Mineralstoffe, die es gibt. Magnesium ist an 300 enzymatischen Stoffwechselreaktionen beteiligt. Also wie gesagt, mit Salz eins der wichtigsten Dinge, die du brauchst für eine riesen Anzahl an Stoffwechselvorgängen. Okay, dann geht es hier weiter und zwar nach dem Frühstück gibt es dann so die erste große richtige Ladung Supplements und zwar einmal Kollagen Pro. Wieso Kollagen? Kollagen ist einer der wichtigsten Bestandteile für Muskeln, für Bänder, für Sehnen und so passive Strukturen. Außerdem ist hier Glycin mit drin. Jedes Kollagen, wenn es denn hochwertig genug ist, enthält Glycin. Glycin ist, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, eins der wichtigsten Supplements, die es für einen Menschen gibt. Ich will es jetzt nicht zu weit machen. Wer uns interessiert, Glycin mal googeln und die Vorteile bzw. Benefits unheimlich gut. Es reicht von Schlaf zu ganz vielen Zellprozessen, Zellgesundheit und so weiter. Also Kollagen Pro gibt es eine Ladung, also eine ganze Portion schon beim Frühstück. Dazu gibt es NAC, also N-Acetylcystein, ist ein Antioxidant und einer der wichtigsten Bestandteile, um Glutation zu produzieren. Glutation ist für mein Verständnis eins der wichtigsten Supplements oder Inhaltsstoffe, um meine Leber zu regenerieren. Glutation auch mal googeln, ich will es jetzt nicht noch extra erklären, aber Glutation unglaublich wichtig. Besorge ich mir teilweise auch als intramuskuläre Injektion oder als IV-Treatment. Ist auch sehr geil, vor allem, wenn man etwas Leber vorbelastet ist, so wie ich. Und weiter geht's. Wir haben hier einmal Nattokinase. Nattokinase unheimlich wichtig und zwar, es ist eine Art Aspirin, ohne die Aspirin-typischen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, dass du dir den Magen kaputt machst. Nattokinase benutze ich einmal morgens, eine Portion, also eine Tablette haben wir in Milligramm, hier steht's, 100 Milligramm. Nattokinase reicht vollkommen. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass man zwei braucht. In der Regel kam ich mit einer super gut klar. Als Bodybuilder oder als, ich sag mal, Leistungssportler hat man häufig das Problem, dass Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, vermehrt produziert wird und das Blut etwas dicker wird. Dickeres Blut erfordert etwas mehr Blutdruck. Höhlter Blutdruck, sorgt wieder dafür, dass die Niere darunter leidet. Ihr kennt das ganze Spiel. Damit wird das Blut etwas dünner, kann leichter durch die Arterien und durch die Venen, die Muskeln werden leichter mit Nährstoffen versorgt, das Gehirn kann leichter durchblutet werden und so weiter. Also, ganz, ganz wichtiges Ding. Ich bin so ein richtiger Anti-Influencer. Jetzt hat mir Peak extra einen Tagdruck mitgeschickt und ich ziehe es nicht an. Okay, Leute, weiter im Programm. Ultra A bis Z. Alle Mineralstoffe, alle Vitamine. Ich lese mal kurz vor, was da drin ist, wenn es da überhaupt drauf passt. Okay. Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K2, Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7. Das war ungefähr ein Viertel der Liste. Das geht unendlich lang weiter. Das ist ein All-Around-Produkt für Leute, die es nicht schaffen, ihr komplettes Mineral- und Vitaminprofil über den Tag aufzufüllen. Ich glaube, dass jeder Mensch ausnahmslos dieses Produkt benutzen sollte. Warum? Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass jeder Mensch Kilogramm an Gemüse, Kilogramm an Früchten oder anderen Lebensmitteln konsumiert, die nahezu alle Mineralstoffe und Vitamine decken. Deswegen einfach als Backup, als um sicher zu gehen. Ultra A bis Z ist immer drin, ausnahmslos. Und zu guter Letzt Vitamin C. Vitamin C benutze ich nicht unbedingt als Vitamin an sich, sondern als Cortisol-hemmendes Supplement. Ich versuche morgens nach dem Cardio mein Cortisol etwas zu drücken. Vitamin C ist eine gute Option dafür. Ich möchte nicht morgens schon Adaptogene benutzen. Die kommen dann nach dem Training, kommen wir aber noch dazu. Vitamin C kommt ein Gramm nach dem Frühstück direkt mit ins System. Ganz vergessen, natürlich, Leute, Omega-3. Omega-3 ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Es sei denn, ihr esst wirklich enorm viel Lachs oder enorm viel Omega-3-haltige Lebensmittel. Problem dabei ist, dass die meisten Lebensmittel, die viel Omega-3 enthalten, auch relativ viel Fett enthalten und deswegen die Kalorien nach oben schieben. Für mich ist es jetzt aktuell kein Problem, ein halbes Kilo Lachs am Tag zu essen. Natürlich belastet es den Geldbeutel, aber auf der anderen Seite kann ich auch so viel Fett essen, wie ich gerade will, denn ich bin in der Off-Season. Für viele ist es aber so, dass Omega-3 nicht so einfach zu konsumieren ist. Deswegen die einfache und klügere Variante. Omega-3 benutze ich am Tag acht Kapseln und zwar zweimal, viermal zwei Stück. So rum. Also morgens zwei, nach dem Training eins, zwei Stück. Wir wechseln nämlich jetzt den Trainingsplan. Dann nach Training zwei und bevor ich ins Bett gehe nochmal zwei. Also insgesamt acht Kapseln Omega-3. Okay, kommen wir zu meinem Lieblingspart. Und zwar, wie gerade schon erwähnt, wir werden zweimal am Tag Krafttraining machen. Und vor Training Nummer eins gibt es. Und jetzt kommt der Knaller. Ich bin so ein kleiner Booster-Heini, das wisst ihr. Ich gucke mir gerne Inhaltsstoffe an, schaue, wie hoch dosiert sie sind, in welchen Synergien, also was für Mittel da noch so drin sind, um das Ganze noch ein bisschen intensiver zu machen. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was es in dieser Dosierung noch nicht gegeben hat. Ihr wisst, in der Vergangenheit habe ich häufig über Booster gesprochen und wie begeistert ich davon bin. Und das ist nach wie vor so, denn jetzt gibt es ein Produkt von Peak, was meine bisherige Erfahrung sprengt. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Und zwar, wo ist denn das gute Stück? Da hinten steht es. Ich sehe es schon. Ah, hier habe ich auch nochmal eins, habe übrigens zwei bestellt. Epic Pump Unlimited. Epic Pump, die erste Version, die gab es schon vor einigen Jahren, wo ich bei Peak begonnen habe, haben wir das erste Mal den Epic Pump präsentiert. Und jetzt gibt es den Nachfolger davon. Ich möchte mal gerne mit euch die Packung hier aufmachen, um zu zeigen, was da drin ist. Das hatte ich bisher nämlich noch nicht so. Ziemlich interessante Nummer. Wir haben hier an Wirkstoffen 10.000, ich wiederhole, 10.000 Milligramm Citrullin. Ich lese mal ganz kurz vor, hier hinten steht es da drauf. 10.000 Milligramm Citrullin. Wir haben hier nochmal 6.000 Milligramm Arginin HCL. Wir haben Amaranth Extrakt, also Oxystorm. Wir haben Grüntierextrakt und Astragin, also Astragalus. Und jetzt eine Sache, die habe ich noch nicht vorgelesen, die ist da mit drin. Die würde ich euch aber lieber gerne zeigen, statt es vorzulesen. Und zwar, schaut mal, hier haben wir schon mal ein Scoop. Und da kommt noch ein Scoop raus, weil sich da ein kleines Produkt drin befindet. Und zwar, eine Flasche reines Glycerol. Das ist hier so eine klare Flüssigkeit. Und Glycerol wird euch das Leben aus dem Körper pumpen. 100%. Davon gibt es ein extra Scoop mit oben drauf, plus diesen Pump Booster. Also nochmal, wir haben hier die höchste Dosierung an Pump Inhaltsstoffen, die ich bisher hatte, plus das Glycerol oben drauf. Das dürfte schieben ohne Ende. Und das Geile ist, ich kann mir das zweimal am Tag reinziehen, weil ich in Zukunft zweimal trainieren gehen werde. Das also zu dem neuen Epic Pump Unlimited. Der kommt hier jetzt erstmal auf die Seite. Zusätzlich geht es hier weiter mit Kreatin, und zwar das Crea Pure. Das ist die patentierte Kreatin-Formel. Man kann auch wahlweise Kreatin-Monohydrat benutzen. Aber ich dachte mir, okay, Crea Pure, gute Sache. Und zwar kommen hier 225 Gramm. Gibt es nicht viel zu erklären. Kreatin solltet ihr kennen. Ist wohl mit eins der gängigsten und wichtigsten Supplements, die es gibt. Gibt es zweimal am Tag 5 Gramm. Und zwar Pre-Workout, nicht Post-Workout. Das Produkt, worauf ich so lange gewartet habe. Epic Intra. Epic Intra ist ein Kombinationsprodukt aus ungefähr allen Inhaltsstoffen, die ich für sinnvoll halte. Wir haben Elektrolyte drin, die unseren Körper mit den wichtigsten Dingen versorgen, um leistungsfähig zu bleiben, wie Salz, Kalium. Ich kann es vorlesen. Hier steht es alles drauf. Wir haben Kalium, Kalium, Magnesium, Chrom. Wir haben alle essentiellen Aminosäuren drin. Was noch dazu kommt, zusätzlich werde ich das Ganze natürlich pimpen mit etwas extra Aminosäuren. Ihr wisst, wer es verfolgt hat. Ich benutze 30 Gramm ERAs pro Workout. Vielleicht sollte ich das jetzt reduzieren. Ich habe meine Pläne noch nicht ganz gemacht. Das mache ich dann natürlich wieder mit euch im nächsten Video. Aber das dürften dann wahrscheinlich so 2 mal 20 Gramm ERAs am Tag sein. Also pro Training 20 Gramm. Wir haben hier an den ERAs Juicy Lemonade und als zweiter Geschmack Ice Candy, dass das Ganze nicht so langweilig wird. Das kommt dann rein. Ice Candy zum ersten Training, Juicy Lemonade zum zweiten Training in Kombination mit dem Epic Intra. Zudem haben wir hier noch Glucose bzw. Zucker. Und zwar nicht nur einfach den billigen weißen Zucker. Wir haben hier verschiedene Kohlenhydratquellen. Und zwar haben wir hier zyklisches Dextrin, also Clusterdextrin und wir haben noch Maltodextrin gemischt. Das sorgt dafür, dass ich über meine Trainingseinheiten genug Dampf und Power habe, um quasi von Anfang bis Ende hochgradig zu performen. Also alles rauszuholen, was geht. Ich werde auch versuchen, in den kommenden Workouts maximal 45 bis 60 Minuten zu trainieren. Dafür aber, dass sich die Balken biegen. Wie gesagt, alles dazu im nächsten Video. Jetzt kommen wir mal zu den für mich essentiellen Gesundheitssupplements. Wir haben hier einmal Thyroid Support. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt sehr wichtig. Ich denke, meine Schilddrüse ist relativ weit hoch. Dennoch würde ich meine Schilddrüse gerne supporten, weil wir ihr einiges abverlangen. Das bedeutet, wir machen morgens Cardio-Training Nummer eins, Training Nummer zwei. Wahrscheinlich gehen wir nach Training Nummer zwei nochmal eine Runde spazieren. Und ich will, dass meine Schilddrüse so viel produzieren kann, wie nur irgend möglich. Und dazu braucht sie gewisse Sachen, wie zum Beispiel Selen. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier Tyrosin mit drin. Vitamin B9, B12. Jod haben wir mit drin. Olivenblatt-Extrakt. Ganz, ganz viele Sachen, die für die Schilddrüse wichtig sind. Unbedingt mal abchecken. Schaut mal bei peak.ag vorbei. Da steht alles gelistet. Und natürlich noch die Beschreibung des Supplements. Wenn ihr es ausführlicher haben wollt, seht ihr es alles dort auf der Webseite. Dann geht es weiter. Sleep and Dream kommt später. Kidney. Ihr habt gemerkt, im letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass ich enorme Wassereinlagerungen habe. Durch Wachstumshormone, durch Testosteron, durch andere Steroide. Mit Kidney ist das deutlich besser zu handeln. Das schwemmt aus. Das sorgt dafür, dass meine Finger, meine Hände nicht so dick sind, meine Füße nicht so geschwollen und so weiter und so fort. Zweimal vier Kapseln über den Tag. Wobei ich eher dazu tendiere, vor dem Training eher weniger Kidney Support zu benutzen, weil ich möchte, dass es so viel Wasser und Nährstoffe im Körper wie möglich. Je mehr man ausspült, desto mehr Nährstoffe verliert man natürlich. Dennoch, ich würde es wahrscheinlich timen, dass ich ein, zwei Kapseln über den Tag verteilt nehme. Nach dem zweiten Training nochmal so drei, vier Kapseln und bevor ich schlafen gehe nochmal zwei, sodass wir insgesamt auf acht Kapseln kommen. Das reicht dicke. Und dann geht es weiter. Für mich persönlich das wichtigste, Liver Support. Liver Support, wie ihr wisst, habe ich eine kleine Vorgeschichte an Erkrankungen. Ich habe einen Gendefekt, der nennt sich Porphyry variegata. Krasses Wort für, ich kann nicht richtig roten Blutfarbstoff herstellen und wenn das nicht funktioniert, wird es zu einem Gift und das Gift gibt ihm eine Leber. Um das Ganze etwas herunterzuregulieren, benutze ich das Liver Support, einfach um meine Leber mit allen möglichen Nährstoffen zu unterstützen, die mir möglich sind. Dazu kommt noch ein anderes Supplement, das es leider bei PIK nicht gibt und das ist Tutka. Tutka hat mir damals, glaube ich, das Leben gerettet. Von einem Leberwert von knapp 1000 ist er gefallen auf 120. Natürlich mit Leber Supplements wie Leber Support zusammen. Ich denke, das ist eine ganz gute Kombination aus allen Supplements für die Gesundheit. Dazu kommt noch Ubiquinol. Das ist Coenzym Q10. Ziemlich wichtig fürs Herz. Jetzt aber hier aktuell nicht dabei. Also Leber Support für die Leute, die Stoffen. Unheimlich wichtig. Ganz, ganz großer Tipp von mir. So, dann kommen wir mal zu Glutamin. Nein, wir haben noch Pause-Workout. Genau. Ich habe hier mal drei verschiedene Proteine bestellt. Einmal die Special Edition Whey Cereal Milk. Ihr kennt das. Als ihr noch kleiner wart und das Müsli fertig gegessen habt und die Milch unten noch in der Schüssel stand und man die ausgetrunken hat. Ich hoffe, ich habe es noch nicht probiert. Ich hoffe, dass es so schmeckt. Wenn ja, dann werde ich mich freuen wie ein kleines Kind. Also Whey Cereal Milk, gefolgt von meinem absoluten All-Time-Favorite, Peanut Chocolate Chip. Ich bin absoluter Peanut-Fan. Ich bin absoluter Schoko-Fan. Das ist das hier in einem Produkt. Und zu guter Letzt, das kenne ich noch aus der Vergangenheit. Hazel & Peanut Dream. Das schmeckt wie so eine Art Monte, wenn ihr noch kennt, diesen Monte-Joghurt oder so Haselnuss-Creme-mäßig. Super, super lecker. Das sind die drei Favoriten, die ich jetzt gewählt habe. Falls ihr noch weitere Geschmäcker oder Empfehlungen für Geschmäcker haben wollt, unbedingt Coco-Schoko ausprobieren. Und das neue Hanuta, also Hazelnut Nougat. Schmeckt wie Hanuta, beziehungsweise so das Feedback der Leute, die es bisher gekauft haben. Ich hatte leider noch nicht das Glück. Bei mir dauert die Lieferung immer vier Wochen. Also wer es probiert hat, unbedingt mal ein Feedback unten rein posten in die Kommentarbox. Die gehört euch. Ich glaube, das schmeckt richtig, richtig geil. Und weiter geht es im Programm. Das kommt hier mal zur Seite. Glutamin, ganz vergessen. Kommt natürlich morgens vor dem Frühstück rein und abends, bevor ich ins Bett gehe. Total 20 Gramm über den Tag. Ich habe jetzt glaube ich schon 5 Milliarden Mal über Glutamin gesprochen. Hilft Magen-Darm zu stabilisieren. Macht die Darmwand stabiler. Also es kommen mehr gute Sachen rein und weniger schlechte Sachen rein. Also es schützt den Darm, beziehungsweise es schützt davor, dass Gifte durch den Darm in den Körper kommen. Der Darm ist nämlich als Barriere gedacht, um die Toxine und die Gifte auszuleiten und nicht in den Körper zu schleusen. Wenn der Darm aber nicht richtig funktioniert, funktioniert dieses System nicht. Und wenn es nicht funktioniert, wird man häufiger krank, man hat Verdauungsprobleme und so weiter und so weiter. Glutamin, absolutes Basic. Sollte jeder benutzen. Dann haben wir noch kleine Goodies. Flake Powder. Für den Joghurt, für den Kaffee, für ganz viele Lebensmittel. Unheimlich geil. Und zwar Cookie Dough. Und wir haben hier noch Salted Caramel. Meine zwei Favorites. Es gibt noch zehn weitere. Richtig, richtig leckere. Das sind jetzt meine zwei Favorites. Die kommen abends in unseren Diabetes-Joghurt und ihr wisst, in meinem Ernährungsplan haben wir abends 300 bis 500 Gramm Joghurt. Das wird sich jetzt verändern zu einem größeren Joghurt. Aber nichtsdestotrotz, Flake Powder darf nicht fehlen. Das macht den Joghurt um einiges oder den Quark an eurer Stelle um einiges erträglicher. Sehr, sehr lecker. Schuss Milch mit rein oder Sprudelwasser, dann wird das richtig schön fluffig. Ein, zwei Scoops davon. Bombastisch. Und zu guter Letzt, Digestive Enzymes. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich relativ große Mengen an Essen essen und auch noch verdauen muss. Es kommt nämlich nicht darauf an, was ich mir da oben in mein Kopfloch reinstecke, sondern was durch meinen Körper verdaut wird und welche Nährstoffe tatsächlich ankommen. Ich kann 8000 Kalorien am Tag wegballern, wenn mein Körper entscheidet, nur 3000 davon umzuwandeln und zu nutzen, dann ist das eine ziemlich blöde Sache. Deswegen, Digestive Enzymes, das sorgt dafür, dass ich die Nahrungsmittel, die ich esse, besser verdauen kann und davon mehr ankommt. Denn desto leicht das verdaut wird, also in ihre Einzelteile, desto besser kann es mein Körper aufnehmen. Gemeinsam mit dem Glutamin sollten die Nährstoffe dann auch durch die Darmwand in meinen Körper kommen und der ganze Dreck sollte rausgehen. So ist der Plan hinter den Supplements. Nochmal vorweg, Supplements sind Nahrungsergänzungsmittel. Das dürft ihr niemals vergessen. Diese ersetzen keine Ernährung, diese ersetzen keine Medikamente. Sie sollen die Sachen, die wir noch nicht ganz auf die Kette kriegen, unterstützen oder auffüllen. Nochmal, wir haben jetzt zum Beispiel das Liver Supplement, das sorgt dafür, dass ich genug leberschützende Bestandteile im Körper habe, das ist für mich wichtig. Ultra A bis Z mit allen Mineralien und Vitaminen, die man braucht, wo ich glaube, das sollte jeder Mensch benutzen. Oder Glutamin. Ich glaube nicht, dass man kiloweise Lebensmittel essen kann, um einigermaßen auf 20 Gramm Glutamin zu kommen. Das ist, glaube ich, nicht wirklich umsetzbar. Deswegen, wie gesagt, Supplements sind dafür da, um die Lücken, die ihr in eurer Ernährung habt oder euer Lebensstil erfordern, füllen könnt. In der Regel gehen wir alle intensiv trainieren. Wir verlangen unserem Körper einiges ab. Also können wir nicht behaupten, dass wir der typische Durchschnitt am Mensch sind. Wir sind nicht der Peter, 42 Jahre alt, geht acht Stunden arbeiten, trinkt drei Bier und versackt auf seiner Couch. Wir gehen in der Regel morgens früher aus dem Bett, machen Cardio. Es ist ein Mehraufwand. Wir gehen arbeiten. Nach der Arbeit gehen wir ins Gym. Es ist ein Mehraufwand. Wir bewegen uns viel. Wir machen viel. Wir stretchen. Wir posen. Wir versuchen alles auf ein relativ hohes Level zu bringen. Und das ist quasi der Punkt, wo wir ergänzen müssen, weil wir durch unsere Ernährung nicht die ganzen Lücken füllen können. Ich hoffe, das war einigermaßen klar erklärt. Nichtsdestotrotz Ernährung, Schlaf und Training steht an allererster Stelle. Infolgedessen kommen Sachen dazu, wie Supplements, um die Lücken zu füllen, die wir über unsere Ernährung nicht füllen können. Und danach kommen Medikamente. Warum danach? Ganz einfach. Wenn wir es nicht schaffen, die Basics auf die Kette zu bekommen, können wir nicht Medikamente benutzen, die unsere Basics verstärken. Was Steroide oder Medikamente tun ist, zum Beispiel Protein effizienter zu konvertieren oder Aminosäuren besser zu konvertieren. Wir werden stärker, in der Regel wächst mehr oder besser Muskulatur, wenn alle gegebenen Punkte da sind. Wie zum Beispiel genügend Protein, genügend Kohlenhydrate, genügend Fette. Wenn wir das schon nicht auf die Kette bekommen, dann werden wir aus einem kleinen Scheißhaufen ein ziemlich großer Scheißhaufen. Es kommen viel mehr Nebenwirkungen dazu. Es kommen ganz viele Effekte, die wir gar nicht kontrollieren können hinzu. Und deswegen sage ich, die Baseline muss stimmen. Wenn die Baseline nicht mehr ausreicht, also wenn wir unser Essen picobello haben, unser Training picobello, Schlaf ist geil, Supplements sind geil. Wenn dieses Fundament steht, dann macht es Sinn, ein Medikament zu benutzen, was unsere geile Base noch ein bisschen geiler macht oder hilft, das, was wir schon in unseren Körper reinballern, effizienter zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn wir drei Pizzen am Tag fressen, nur vier Stunden schlafen und Kacke trainieren. Was soll dabei rauskommen? Das ist, glaube ich, ganz normaler oder logischer Menschenverstand. Lange Rede, kurzer Sinn. Leute, das waren alle Supplements, die ich mir jetzt in Zukunft bzw. die nächsten sechs Wochen reinschraube. Denn jetzt sind wir, wie ihr seht, wieder Location-Wechsel übrigens, nach 21 Stunden Flug in Dubai angekommen. Und hier gilt es für mich absolutes Bootcamp. Zweimal am Tag Training, Cardio, Stretching, Massage, alles auf dem höchsten Niveau, alle Supplements ins System, die ich hier zur Verfügung habe, plus Stoff nach oben fahren und so weiter und so fort. Was sich alles verändert, werdet ihr natürlich im nächsten Video erfahren. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Ich hoffe, dass es nach wie vor interessant ist für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst, die Kommentarbox gehört euch. Die findet ihr hier unten. Das war es jetzt von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Mike.